Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnachen Ticket und heute habe ich das Spiel Jackpot.de Casino. Ich werde es mal starten, Vollbildrei machen. Gut, und dann geht es los. Warum kriege ich so eine krumme Zahl? Warte mal, habe ich das nicht schon mal gespielt? Nee, ich glaube nicht. Profil, Profil. Gibt es nichts für Account? Unmelde. Versuche dein Glück. Da drauf? Ah, ok. Ok, haben wir gesehen. Ähm, da geht man zurück. Jawohl. In den haben wir jetzt gespielt. Penny Fruits. Was ist das hier? Ok. 50 Drehs. Ok. Das müssen wir mal richtig durchlaufen lassen, würde ich sagen. Level 2, ja. Oh, danke schön. Da unten ist die Zahl, ob ich drauf achten muss. Geld. Schon wieder. Oh, einmal drehen sind 3%. Bei mir. Ok, 3, 3, 4. 3. Jetzt kommt wieder 3. Und jetzt die 4. Ja. Entfernen. Jaliepper. Das geht mal, aber die Gäste. Wunderschere. Wie viele Fui immer. In der Nähe dieser Stelle, die Gäste. Wie viele Fui, die Gäste. Wie viele Fui, Schlauze! 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 Die Schlauze! 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 Ich hoffe mal, dass die Melodie hier kein Dingens ist. Kein, kein äh registrierte Musik sein muss. Sonst krieg ich wieder Ärger. Ich bin so oft geärgert, wie kommt von YouTube? Oookay. Oh, nach 40 habe ich großen Wind gemacht. Nice! 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 Okay. Dann kommt jetzt der hier dran. Muss ich 20 mal spielen. Warum steht da unten jetzt nicht, dass ich das 20 mal spielen muss? Ach, hier oben steht das jetzt. Ach, schon fertig? gut. Gut. Dann kommt jetzt der nächste. Aber man hat ja mal eine kleine Tages-Quest. Das ist auch cool. 50 mal drehen. für einen Joker. Was? Nein. Spiel starten. Ach so. Dann mach ich's ohne Checkboard weiter. Ich brauche ja nur 25.000 Chips. Also 400 kostet immer ein Spiel. Ah, steht auch hinten rechts. Ach, steht auch hinten rechts. 8% habe ich schon. 13% Oh. 25% 35% Oh. 10% 25% 17% 20% 18% 19% 20% 18% 19% 20% 20% 6 das war gar nichts und krieg nur zwei Prozent Oh, das war gut. 65% Level up 85% 90% Komm schon, komm schon 90% 91% 95% 90% Ja, das war's. Ich hab's gewonnen. Mega win. Schön, 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 schön. Gut. Gehen wir hier raus. Schauen uns die Truhe an. Öffnen. Jetzt kommt die nächste Quest. Um welche Minute bin ich eigentlich schon? Ich weiß es nicht, ich hab leider nicht auf die Uhr geschaut. Start. 14%. Wird auch ein bisschen schneller gehen. Ja. Hm, okay. Okay. Hm. Kein Majestic. Schon fast 60%. Ist ja nice. Ja. Das war's. Das war's. Schon vorher fertig gewesen. Oh, nur 30.000. 3.000. Dann kommt der nächste. 3.000. Und. Nova Gens. Statt rum. Und. Go. Boah. Ich bin schon fertig. Dann schauen wir den nochmal. 30 Spins. Okay. Ah, wird mir da gleich sein. Dann sehen wir denやsseren. Dann kommen wir den da bist出來. Genau. 질. Wenn du Fetisch. Jippie, wir haben die Truhe. Und da gibt es schon die nächste Truhe. Ich schaue noch mal ein bisschen um. Das ist das hier. Jackpot-Symbole. Ah, ich habe zwar immer Jackpot geholt. Da habe ich keinen Dreh für. Club. Ist das eine Guild oder wie? Okay. 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 Hm. Wie finde ich das hier? 40, 84, 0, 38, 31. Ja, das bin ich. Na gut, na gut, na gut. Hm, was ist das hier noch? Ich kann das leider nicht spielen. Okay. Hier gibt es sehr, sehr viele Spielautomaten. Miami. Oh, es sind sogar noch welche gesperrt, die muss man sich erst freischalten. Oh, Morbun. Wer kennt das Spiel nicht? Zumindest damals war es sehr bekannt. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch hier machen kann. Also, es ist ja immer das gleiche. Ich würde jetzt hier die Truhe nehmen. Ich würde den nehmen. Ich würde mir was aussuchen und den spielen. Und die ganze Zeit das gleiche. Ich sage auch sehr viel. Oh, hier kann ich Spielerkonto wechseln. Naja, egal. Upsa. Guerilla Kingdom. Gut. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Schönes kleines Video. Ich muss mein Ticket abholen. Ich komm hier nicht raus. Dann muss ich das so abbrechen. So. Ticket holen und fertig ist es. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann für euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.